Servus Leute, zurück zu Let's Play. Komm an, Kongo Generals. Zero. Oh ja, das war glorreich. Okay, jetzt räuchern wir die Ratten aus ihren Nestern. Ja, prinzipiell, die IBG ist gerade zerschlagen, allerdings noch existent. Vor der Christoph und Zermann. Oh ja. der großteil unserer flotte ist nach dem angriff der ebg unversehrt unsere flugzeugträger und schlachtschiffe warten auf ihre befehle ach du schande darf ich jetzt schiffe steuern doch wir haben die docks gesichert general jetzt müssen wir sie halten damit unsere versorgen wir müssen diese position mit unseren truppen halten bis unsere bulldozer eintreffen bis unsere bulldozer eintreffen na gut flugzeugträger wo ist denn der was haben wir hier vermeide zivile verluste lass mich raten ich darf jetzt ballern oh ja ich sehe da die geschossen jets sind startbereit jets angriff achtung nein doch nicht sichern die küste also ich hab wir greifen jetzt hier jetzt oh ja jetzt geht's ab und hier ballern 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 vielleicht treffe ich die sogar hätte ich mir sogar ein bisschen zeit lassen können da kam gerade ein auto an wir müssen das lagerhaus einnehmen ohne die sicherheit der docks zu gefährden ach so sorry wir müssen das einnehmen ach so ich dachte lkw 2 von 1 ist angetroffen ähm ja gut zerstört diesen bunker ballert auf diesen bunker und diese angeblichen medikamente gönne ich mir einfach nicht mhm hier sind aber auch ein paar gegner unterwegs na schade ähm hier schön und äh der fast angriff macht den das kampfbike weg die können eigentlich ein wenig weiter vorne stehen ja da können auch raketen dudes drauf sein auf diesen kampfschirms sie wurden befördert äh kampf dingspumpsen ja dann holen wir uns auch das da und gönnen uns ach so können wir gar nicht uns gönnen mhm haut mal da rein und macht mal die einheiten da weg mhm Entsatzgruppen sind unterwegs general colonel burton kann hier ein bisschen googie googie machen so nur ein schnetzel da euch werde ich es zeigen wo geht's hin rauf in den oh der stirbt gleich wie sie wünschen mhm jetzt bräuchte ich heilung oh wo sind die verbundeten ich hab hier heilung einheit verloren in der nähe des lagerhauses wir müssen sie vernichten sehr gut sehr gut sehr gut ok ich brauche hier ein paar gute einheiten und colonel burton regeneriert sich wieder ja ich muss prinzip entweder muss ich hier auf warten oder ich muss das einnehmen ich weiß es gar nicht ehrlich gesagt da ist auf jeden fall öl Entsatzgruppen sind unterwegs general nein macht sie weg macht sie weg oh moment äh messertacker attackiert den gegner ohne dass er es merkt schlitz wir müssen dich bloß auf stufe 2 bringen hehehe auch dich schlitz ah da haben wir ein neues ziel ballern dreimal weil zwei machen den bunker kaputt und der dritte macht die einheiten kaputt falls die einheiten nicht schon so kaputt gehen so währenddessen hier kommt wieder ein wofür haben wir gerade einsatzgruppen sind unterwegs general wie sie wünschen oh da haben wir ein krankenhaus einsatzbereit in neue position halten rückt mal vor dort oben sehe ich doch irgendwelche gegner die macht mal weg spezialeinheit bereit los geht's geht mal dahin und sicher die sachen ihr könnt gebäude einnehmen deswegen nützlich die bleiben mal zurück sicherheitshalber ich weiß zwar nicht wofür aber man weiß ja nicht ich sehe alles hm gute arbeit alle lkws haben die docks erreicht eskortieren wir sie in die stadt einheit verloren jawohl keine bürtel ist gelevelt dadurch regeneriert er sich und macht mehr damage oh achso ah deswegen na gut das kriegen wir aber auch hin schön drauf ballern alles oh ich muss eskortieren achso wir sind die besten besetzen wir das gebäude spezialeinheit bereit ich bin perfekt das ist zu leicht zerstören zerstören so ich muss die eskortieren auch noch und ich habe helis bekommen einheit verloren hm oh dort hinten ist ein gewusel gerade das gebäude gehört uns baller die mal nieder jets sind startbereit okay läuft bisher ich weiß zwar nicht was ich hier mache aber ich mache es gut scheinbar dort hinten sind oh dort hinten wäre auch noch was gewesen ach verdammt das hätte ich auch die ganze zeit schon einnehmen können unser bulldozer ist das errichten sie einen stützpunkt die ewg bereitet schon die nächste angriffswelle vor da habe ich sonst keinen mehr hier da mach du das da das ist ein neues gebäude dadurch werden autos automatisch repariert wo ist der bulldozer da ist der bulldozer na gut aber in dieser mission haben wir halt auch diese unterstützung großartig die bürger der stadt danken ihnen für die hilfslieferung jetzt müssen wir nur noch die ibg zurückschlagen zerstören sie ihren hauptstützpunkt über der stadt dann haben wir unsere ruhe sichern die küste wir greifen jetzt an okay einsatzbereit auf sie können wir fast schon abdüsen oh ja jetzt sehen wir viel mehr einheit verloren wir können halt mit den bestehenden einheiten und diese unterstützung zu zu wasser echt viel erreichen ich brauche halt nichts anderes eigentlich das ist eigentlich ziemlich cool diesmal ach so ist schon kaputt na gut machen wir das kaputt jawohl hier neue fähigkeit einmal hier aufdecken ich sehe hier kommen könnt ihr mal den bunker kaputt machen danke so dann haben wir hier oh das ist auch cool da kommen glaube ich immer neue einheiten auch ein neues teil sozusagen wir nehmen das mal ein dort hinten dazu brauchen wir einen von denen der muss das einnehmen da kommen dann mit der zeit immer wieder neue einheiten das ist ziemlich cool hier gibt es lauter neuen stuff oh müssen wir zerstören bunkern wir weg ich brauche echt ja ich habe eine base und alles aber ich brauche keine base nicht wirklich das wird schon trotzdem bauen wir natürlich schaden tut es nicht ich wüsste auch gar nicht wo ist der gegner hier großartig hier oben wo ist denn deren haupt base da ist deren haupt base zerstören wir mal ja und schon haben sie hier keinen produzenten mehr von kriegs gefährlich immer bereit gefährlich ich werde gejagt nein ja gut ich kann hier luftunterstützung hinzuziehen die rpg einheiten weg machen gut so angriff halt hier haben wir müssen wir mal weg machen einheit verloren habe ich die treffe so ist die andere frage bisschen wie sieht das aus wenn ich die da drin habe nicht so gut nein 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 oh der ist knappes ding krankenhaus ist auch schon kaputt na gut na gut okay ich brauche vielleicht doch ein bisschen stuff ich brauche bau flucht was legt an was legt an ah wir haben jetzt endlich die geschützstellung gut richtige gegenstände einheit verloren feuer feuer gut können die das hier verteidigen aktiviert und genau angreifen dann natürlich auch einheit verloren wie wärs mit naraki schon weg so wir brauchen da aber auch mehr ey hier kommen jetzt immer alle zwei minuten für extra neue einheit flugzeugträger wir greifen jetzt an und ich würde das gerne auch behalten deswegen muss ich es verteidigen so endlich also ich brauche äh oh ich kann gar keine flugstation schade naja das hätte ich gerne und Kaserne hätte ich gerne joa macht mal hm wer greift hier an ach das Teil wahrscheinlich reinhalten dreimal reinhalten mindestens zweimal oh nein oh oh das ist das ist das ist schlecht das ist superschlecht Paladine ich brauche Paladine was gibt's zu tun was gibt's zu tun so jetzt das Geräusch oh nein jets sind startbereit einheit verloren du da steht ihm im weg oh nein Flugzeugträger sie sind gleich da nein Hör auf einheit verloren nein einheit verloren ach du Schande da habe ich irgendwie einen Fehler gemacht und dort oben das habe ich auch verloren das war useless okay ich brauche die Helis unten ich brauche mehr Helis generell nein ich brauche auch mehr davon nein das ist irgendwie komplett schief gegangen obwohl ich hier eigentlich OP sein zerstören 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 einheit verloren das ist gut das ist gut halt was ist das da oben ein Buggy naja okay was kommt dort oben ein Männchen mach ihn weg ich habe keine Helis hier in dieser Mission das ist uncool ah der Sniper der Sniper kümmert sich noch um Fußsoldaten wenn sie mal ankommen sonst ist ja alles chillig hier hinten mal aufdecken gut neue Ziele für die Freiheit draufhalten einfach nur draufhalten der Flugzeugträger gerne Colonel Zeig was du kannst Einheit verloren Moment Colonel Explosionen Explosionen will ich nein der ist da okay hm ich dachte der ist da gefeit unsere Basis wird angegriffen Nein 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 da drauf nein mein Heli ist drauf gegangen nein Einheit verloren wir kämpfen wir kämpfen für den Frieden für die Freiheit ja das coole ist eigentlich ähm theoretisch halt dort unten kommen Einheit verloren das muss weg eigentlich äh wir bomben ja alles ganz gut zu Jets sind startbereit warum sehe ich achso ja genau Geschwader ist unterwegs das Schöne ist die werden noch nachproduziert glaube ich ähm so ach das lasse ich immer so Einheit verloren okay weiter geht's diese Raketen Buggys useless as fuck Einheit verloren Einheit verloren so hier wird nichts hier wird nichts konstruiert hier wird alles zerbombt hier hinten sowieso das ging noch nicht kaputt Einheit verloren für die Freiheit Jawohl sichern die Küste sind im Zielgebiet oder die werden noch nachproduziert glaube ich dort oben kommen ein paar Selbstbordbomben Einheit verloren okay wobei ähm der kann hier hin ich höre es für die Befehle und mehr Paladine warte auf Befehle ja mit diesem kleinen Geschwader Paladin plus der Luftunterstützung müsste es eigentlich klappen werden wir bedroht poliert und bereit für die Befehle sehr gut ach ich hab den Sniper noch dabei ja der Sniper ist gut hier und wird jetzt auch geheilt geile Sache die Paladine müssten damit klarkommen wenn die näher hin fliegen würden wäre das natürlich noch besser okay jetzt bomben wir sie nieder würde ich mal sagen ach die bauen sich natürlich immer wieder auf wo haben sie noch mehr Produktion hier nicht nein hier ne hier wird auch nichts produziert kommen überhaupt noch Gegner ich glaube nicht hier haben wir noch ein paar von denen die werden aber jetzt drauf gehen ohne Probleme und ansonsten ah die haben das dort oben wieder aufgebaut das können wir natürlich auch wieder zerstören so dann gehen wir mal hoch Party Time würde ich sagen ich hab sie ein bisschen unterschätzt muss ich zugeben ich habe gedacht dass es deutlich einfacher ist weil wir so overpowered sind aber ja dadurch dass wir so overpowered sind haben die natürlich sich gedacht da müssen wir die natürlich ein bisschen besser machen zerstören wir eins nach dem anderen ohne Helis in den Kampf halt was kommt da an ah kein Thema was ist dort oben mhm 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 das ist äh tricky da wäre oh das wäre oh america ah fuck yeah seh ich da nur mhm geil aber brauchen wir nicht mehr wir rushen sie einfach ich schau mal ob da was drin ist so und wir zerstören derweil diese garstigen Stinger Stellung weil die sind lästig die sind nichts anderes außer lästig oh da war ich zu spät dort ich musste einfach bloß alle normalen Gebäude zerstören ausgezeichnet mhm habe ich komplizierter gemacht als es notwendig war war eine coole Mission wo man hier äh sozusagen Artillerie Unterstützung von Wasser hatte sowas hätte ich gerne also ich fühle mich gerne OP mhm hätte ich noch Flug also ein Flugfeld gehabt dann wäre ich viel angenehmer dort warum hatte ich eigentlich kein Flugfeld Helikopter wären der Burner gewesen aber naja gut ich hoffe es hat euch gefallen in dem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und schau bis zum nächsten Mal und schau bis zum nächsten Mal